Warte doch mal! Wozu? Weil ich... weil das ein Missverständnis ist. Das sah gar nicht so aus. Bitte, lass es mich erklären. Hättest du mir auch vorhin erklären können, als ich auf dich gewartet habe. Ich war doch schon auf dem Weg zu dir, aber dann kam Jessica und meinte, dass sie vielleicht... Dass sie vielleicht schwanger von mir ist und du hast es ihr sofort geglaubt. Nein, hab ich nicht. Tristan hat mich überredet, mitzukommen zur Unterstützung. Unterstützung für wen denn? Für diese intrigante Lügnerin oder... deinen miesen Bruder? Andi, bitte! Du hast deine Entscheidung längst getroffen. Gegen mich. Lass es gut sein. Andi! Jetzt brauche ich einen Sekt. Komm schon, der ist es echt nicht wert. Ich muss noch arbeiten. Soll ich nachher zu lügen? Ich weiß genau, wie es dir jetzt geht. Aber das geht vorbei, ich verspreche es. Ich habe ihn verloren. Endgültig. Ich brauche Ruhe. Du glaubst mir einfach nicht, oder? Ich weiß es nicht. Sollen wir nicht einfach zusammen... Christian, echt, du musst dich nicht um mich kümmern. Ich komme alleine, klar. Aber wenn du jetzt alleine so rum... Ich muss einfach nur mal nachdenken. Ich muss einfach nur mal nachdenken. Dann habt ihr wieder nicht in Ruhe geredet. Das würde ja auch nichts ändern. Ja, und jetzt? Sie hat sich entschieden. Ach, vielleicht war das wieder irgendeine komische Reaktion, weil ihr komischer Bruder in der Nähe war. Und wenn schon. Sie vertraut mir nicht. Andi? Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Es war ein Fehler, mir falsche Hoffnung zu machen. Echt? Ich wusste doch, wo dran ich bin. Du hast eben alles versucht. Andi, besser einmal zu viel, als einmal zu wenig. Aber das war das letzte Mal. Sie vertraut dir eh nur ihrem Bruder. Na ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich will ihr auf jeden Fall nicht mehr begegnen. Also, das wird nicht so einfach werden. Ich meine, spätestens vor Gericht seht ihr euch wieder. Dann wird das eben das letzte Mal sein. Er ist halt total verletzt und enttäuscht. Ich kann es sogar verstehen. Dann sag ihm, dass nicht alles so gemeint war. Das habe ich doch. Ach, Helena, Schatz. Für Andi ist das sicherlich auch nicht so einfach. Dabei. Ich glaube ihm ja. Und diese Jessica. Ich weiß nicht, warum, aber sie lügt. Da bin ich mir ganz sicher. Soll ich mit ihr reden? Nein, das würde nichts bringen. Das Beste ist, ich rede nochmal mit Andi. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Ja. Helena. Vielleicht will sie dir ja erklären, was das eben sollte. Andi. Willst du dir mal ins Handy gehen? Du willst jetzt doch nicht auf deine Maschine steigen. Und ob. Aber pass auf dich auf, Alter. Gotcha. Wie bleibenst du doch nicht? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann hast du dir auch eine kleine Belohnung verdient Was schwebt dir da so vor Augen? Wie wär's? Dame? Gar nicht schlecht Hast du deinen Schlüssel vergessen? Mein Schlüssel? Ich dachte, es ist Andi Dann ist er nicht da? Nein, ist er nicht Und weißt du zufällig, wo er hin ist? Nee, du, keine Ahnung Ich weiß, ich hab Andi sehr wehgetan Aber deshalb bin ich hier Mir musst du das nicht sagen Ja, ihm kann ich's ja offensichtlich grad nicht sagen Mann, Olli, bitte Wenn du was weißt, dann sag's mir Er geht noch nicht mal an sein Handy Warum sollte er denn auch? Helena, du hast dir wochenlang überlegt, ob du ihm glauben sollst oder nicht Ich... Vielleicht kommt er sich langsam ein bisschen verarscht Du hast du da mal drüber nachgedacht Eben Und deshalb muss ich auch unbedingt mit ihm sprechen Hey Hallo Weißt du vielleicht, wo Andi steckt? Naja, nicht direkt Und wann er zurückkommt, weißt du auch nicht Er ist mit dem Motorrad unterwegs Keine Ahnung, wie lange sowas dauert Pass auf, ich sag ihm, dass du hier warst Und wenn du Glück hast, ruft er dich zurück Ja Und ich muss jetzt auch los Ich hoffe, das mit Elias ist nichts Schlimmes Also Ciao Viel Glück Danke Und was ist mit dir? Kann ich... Kann ich vielleicht hier warten? Also gut, komm rein Danke Wenn du irgendwas brauchst, bedien dich Nicht anfassen Hallo Hallo, verstehen Sie mich? Hat der Puls? Ja, der hat Puls Du halten es sehr schnell vor Ja Oh, okay Lassen wir den Helm abziehen Gern den Helm Hast du? Ja Okay Okay, kannst du So So Yeah 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 So Yeah Ja